Dann kommen wir hier hin. Ich will ja hier hinkommen. So, da haben wir eine Fackel und ein bisschen... Ist das ein normaler Enderman? Willkommen zurück zu Mine Faction 2! Im letzten Part habe ich mich ja wieder mehr oder weniger equipped mit einer kleinen Eisenrüstung, die wir direkt wieder verzaubert haben. Ich habe jetzt mal nachgeschaut, wie man Stahl herstellt. Um Stahl herzustellen, müssen wir... Dingens, Kirchens, müssen wir auf jeden Fall... Jetzt muss ich mal ganz kurz nachgucken. So. Aha, okay. Stahl herstellen können wir, indem wir... Wie heißt es denn? Ja. Kettenrüstungen einschmelzen. Und die kriegen wir ja von Mobs. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wir können uns ja Ketten herstellen. Kann ich mir aus diesen Ketten auch Kettenrüstung herstellen? Weil da könntest du dir richtig easy aus Eisen Kettenrüstung herstellen. Also Stahl herstellen. Das wäre mal eine Überlegung, das auszuprobieren. Und deshalb werde ich jetzt hier mal schauen, ob ich mit meinen letzten vier Eisen... Guck mal, da kriege ich drei Ketten raus. Da kriege ich drei Ketten raus. Kann ich hier einfach... Tatsache. Dann kannst du hier Kettenstiefel machen. Und dann gehen wir mal gleich zurück zur Smeltery. Aber erst möchte ich hier diese Erde hier abbauen. Und hier Wasser nach unten fließen lassen. Und einmal gucken, wo es ankommt. Einmal gucken, wo es ankommt. Ich muss jetzt zwei Knöpfe gleichzeitig gedrückt halten. Und ich hoffe, ich spüle jetzt nichts weg. Das wäre äußerst minus. Aber es kommt nicht in unserem Loch an. Bei weitem nicht. Wir sind viel weiter hinten. Wir sind viel weiter hinten. Hm. Wir sind viel weiter hinten, Leute. Dann werde ich mir den Wassereimer auf jeden Fall mal hier oben... Äh... ...saven. Vielleicht baue ich mich dann einfach noch ein paar Blöckles nach vorne. Bis ich da unten bin, ist das Wasser wieder weg, ne? Sonst hätte ich gesagt, komm, ich spring mal hinterher. Aber jetzt nochmal sterben. Nee. Ähm. Jetzt möchte ich halt mal ausprobieren, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Denn dann könnten wir easy peasy aus Eisen-Stahl herstellen. Und das wäre echt... Oh Gott, ich habe ja alles geflutet. Ups. Upsi. Ähm. Das wäre echt cool. So. Ähm. Ach, das ist nicht mittig hier. Verstehe. Das heißt, ich muss hier einfach nur ein Stück nach vorne. Und dann kommen wir hier hin. Ich will ja hier hinkommen. So. Da haben wir eine Fackel und ein bisschen... Ist das ein normaler Enderman? Ich will ja hier hinkommen. So. Da haben wir eine Fackel und ein bisschen... Ist das ein normaler Enderman? Ja. Ich habe eine Eisenrüstung. Komm. Gott. Leute, wir haben einen Kampf gegen einen Mob gewonnen. Wow. Wow. Yes. So. Ich möchte es jetzt mal ausprobieren. Und zwar, wir werfen jetzt mal die Eisenstiefel in die Smeltery rein. Der hat aber doch schon gut Damage gemacht, ne? Also, obwohl wir eine Eisenrüstung haben, hat der echt gut Damage gemacht. Ich möchte jetzt hier in die Smeltery einmal die Kettenstiefel reinhauen und gucken, wie viel das bringt. Weil dann würde ich mir auf jeden Fall mal ein bisschen Stahlwerkzeug herstellen. Mal so ein Steel Longsword, also so ein... Moment, ich zeige euch das mal Stahl. Da können wir uns zum Beispiel hier ein Stahlbreitschwert machen. Das hat plus 8 Angriffsschaden. Und, ähm, wir können mal gucken, ob wir, ähm, Angriff 2 Herzen, Haltbarkeit 750, Reinforced 2. Äh, wir können mal gucken, wie wir das herstellen. Ich glaube, da muss ich einfach nur hier klicken auf R. Warum nicht? Oh, ja. Da muss ich einfach mal hier auf R klicken. Wo war es denn jetzt? Das ist Stahlbroadsword. Nein, ich will mir das ja nicht nehmen. Halte, C, äh, T, L für Materialien. Ähm, haha. Die ganze Zeit ging das doch. Die ganze Zeit ging das doch. Stahl, Stahlcleaver. Ich finde es schon noch raus. Wenn ich nochmal im, äh, wenn ich nochmal im Dingensmodus nachgucken muss. Normalerweise funktioniert das. Aber dann gehst du hier irgendwo, äh, hin. Gehst auf R und dann kriegst du angezeigt, wie du es herstellst. Oder du klickst halt einfach drauf. Aber irgendwie will das nicht so, wie ich das will. So, wie viel Stahl kriegen wir da raus? Wahrscheinlich nicht viel, ne? Na? Ist es gleich gebrannt? So. Da haben wir geschwolzenen Stahl. Das ist schon mal sehr nice zu wissen, dass wir das machen können. Ich werde mich dann mal, äh, erkundigen, was wir alles an, äh, Sachen brauchen. Habe ich vielleicht den Hotkey falsch gelegt? Ich weiß es. Also den, die, den, den Knopf falsch belegt. Das kann auch sein. Weil die ganze Zeit war es bei mir R. Auf F ist ja bei mir, äh, der Hotkey für, für schnell aufs Schwert zu switchen. Guck mal oben, das Copplestone-Zeichen. Da, 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 da. Ich blinke vor mich hin. Hell, dunkel, hell, dunkel, hell, dunkel. Das ist sehr schön. So. Dann können wir uns also jetzt Stahlwerkzeuge herstellen und Stahlwaffen herstellen. Das ist sehr gut zu wissen. Dann würde ich mir nämlich ganz gerne mal hier die Eisenerze noch rausnehmen. Was haben wir denn noch? Kupfererz, Zinnerz, Aluminiumkies, Kupferkies. Äh, ich will jetzt ungern die Eisenerze hier einfach so rausnehmen. Komm. Da haben wir fünf Diamanten, ein paar Meteoritenbruchstücke, und da nehme ich mir mal drei Stück mit. Halt, nein. Ich habe noch, vor allem, ich habe hier Meteor-Ingots und Eisen-Ingots haben wir hier nicht mehr. Da haben wir noch einen Eisenblock, den werde ich mal eben kurz verballern. Ähm, dann machen wir uns mal eben halt, nein, 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 nein. Vorsicht. Vor, vor, Vorsicht. Okay. Da machen wir uns mal eben eine neue Spitzhacke draus mit Magnetisierung und machen uns mal endlich ja und machen uns und machen uns mal endlich eine Axt. Eine Axt ist vielleicht auch mal ganz knorke zu haben. Die würde ich mir halt gern aus Meteor machen. Zack, zack. So. Und schon haben wir wieder ein bisschen was an Ressourcen. Jetzt gehen wir gucken, ob die Kühe vielleicht verlehrt wurden. Ja, jetzt sind sie, aber die sind noch klein. Die sind noch klein. Dann mal kurz auf in Stadtrot. Dann mal kurz auf in Stadtrot. Und ihr erinnert euch, was der Reaghost zu mir gesagt hat? Ich darf mich ja an den Dingen bedienen. Das ist schon mal sehr gut zu wissen. Auf in Stadtrot. Und Vorsicht, dass wir hier nicht schon wieder überrascht werden. Also wenn ich jetzt wieder an irgendeinem Mob sterbe, dann raste ich aus. Dann raste ich aus. Ich bin, glaube ich, auf dem Weg in die falsche Richtung. Genau, Foxy. Genau. Nice. Nice and dice it. Nice and dice it. So. Ich sollte mir vielleicht auch mal ein paar mehr Wegpunkte zwischendrin immer mal machen. In die Höhle werde ich nicht noch mal reingehen, in die ich im Stream war. Erstmal. Erstmal möchte ich... Es leckt... Es war immer hier in Stadtrot. Hier in Stadtrot leckt es irgendwie immer. Nee, das ist verkehrt. Da wollen wir nicht rein. Wir wollen... Hier war das, ne? Das war das Haus hier von Reaghost. Ja, das Haus. Nee. Nee, das war es auch nicht. Ähm. Da drüben. Das Kleine. Müssen wir ja immer mal wieder ein bisschen gucken. Ich will ja auch nicht einfach in fremde Häuser rein. Nur in die, die ich kenne. Hier darf ich mich auch ausloggen und alles mögliche. Bedienen werde ich mich hier nicht. Und auf, auf und davon. Gucken wir mal, wie viel Kühe es hier gibt. Eins, zwei, drei, vier. Immer noch nur vier. Oder stehen die... Ich werde mir kurz eine hauen. Ich weiß ja nicht, ob die ineinander stehen. Aber hier gibt es vier Kühe und vier Schweine. Ich weiß ja nicht, muss der Chunk geladen sein? Muss der Chunk geladen sein, dass die sich vermehren? Bin ich mir jetzt nicht sicher. Also ich brauche auf jeden Fall ein bisschen Leder. Ähm. An das Leder kommen wir auch noch ran. An das Leder kommen wir auch noch ran. Immer mal wieder auf die Zeit gucken. Bei 13 Minuten ungefähr werde ich Schluss machen für heute. Und, ähm, haben wir bei 14. Dann haben wir mal wieder ein klein bisschen Zeit reingeholt. Kein Leder für mich. Kein Leder für mich. Ähm, Re-Ghosts, Christina, Poppy, Olg, falls ihr dieses Video zufällig sehen solltet. Ich bräuchte mal ein bisschen Leder, damit ich mir einen schönen Rucksack machen kann. Den ich mal noch so ein bisschen was an Zeug reintun kann. den ich immer mal auf kleinen Reisen mit dabei haben kann. Das wäre sehr nett. Ich will jetzt auch nicht unbedingt durch die Weltgeschichte laufen. Und, äh, was ist das da? Das ist das. Nestflow Blocky. Was steht da? Tagiko Re-Ghost. Okay, gab es einen Kampf? Bei einem Kampf weiß ich, dass es den gab. Und, äh, das war im Stream vom Nestflow. Den habe ich gesehen. Das Wasser werde ich dann auch noch fixen auf jeden Fall. Da werden wir einfach überall mal Blöcke drunter setzen und werden mal das Wasser wieder auffüllen. Ich bin jetzt bei elf Minuten. Was gehe ich denn wieder hoch? Ich habe gedacht, ich müsste mich jetzt gleich ausloggen. Ähm, was machen wir denn jetzt aber noch die letzten vier Minuten? Ich will jetzt nicht so weit weggehen. Ich will aber auch nicht. Ich gehe jetzt erstmal pennen. Ich gehe jetzt erstmal pennen. Putz. So. Ich gehe jetzt erstmal pennen. Haben wir noch irgendwas einstecken, was wir nicht unbedingt dabei haben sollten? Ne. Wir werden jetzt erstmal hier noch ein bisschen Kette rausmachen. Das eine Eisen packe ich mal wieder zurück in die Kiste. Und das Essen ist uns schon wieder ausgemacht. Echt nicht viel, was wir hier haben. Äh, Erze. Da packen wir das Eisen rein. Das packe ich mal hier oben drüber, damit jeder sieht, dass das das Eisen ist. Und dann werde ich hier nochmal ein paar, eigentlich könnte ich auch direkt einen Hanisch machen. Ich weiß aber nicht, ob ein Hanisch mehr bringt als zwei Ketten Stiefel. Dann würde ich mir gerne noch ein bisschen Stahl machen. Noch ein bisschen Stahl, damit wir uns mal ein Stahlschwert machen können. Ich weiß allerdings nicht. Schauen wir mal kurz. Schwert. Das Diaschwert hat plus sieben Angriffsschaden. Das, äh, Stahlschwert hat plus acht Angriffsschaden. Dann ist es natürlich sinnvoller, sich ein Stahlschwert zu machen und sich die Dias für eine bessere Rüstung aufzuheben. Aber auf jeden Fall haben wir dann mal, ich hätte ein bisschen Holz mitnehmen können und hier eine Werkbank hinstellen können. Das wäre vielleicht auch mal so ein bisschen, ähm, das wäre vielleicht auch mal so eine kleine Maßnahme gewesen. Wieder der Blick auf die Uhr, 13 Minuten, okay. Dann werden wir uns mal langsam auf den Weg zurück machen und ich werde mir gleich, äh, ich werde jetzt gleich mal etwas machen, was mich für die ganze Zeit so ein bisschen stört. Und zwar, das ist Eichenholz, ne? Ja, das ist Eichenholz. Ich werde jetzt mal was machen, was mich schon die ganze Zeit so ein bisschen stört und zwar, das Großholz, wir haben gar kein Eichenholz mehr hier drin. Hier ist nämlich eine Sache, die stört mich gewaltig. Das ist dieser Baum da, weil da einfach da unten drunter was fehlt. Ach, wahrscheinlich, weil da das Gras wachsen soll, kann das sein? Ähm, wenn hier Gras wachsen soll, würde ich, ähm, da bräuchten wir auf jeden Fall was anderes noch. Da bräuchten wir nämlich ein Behutsamkeitswerkzeug. Wir gehen jetzt aber erstmal hier hin, dann werde ich an dieser Stelle einfach mal den Part beenden und ich bin hier überhaupt nicht neugierig, ne? Was ist hier unten noch mal? Was war denn hier noch mal? Fichtenholz. Und, ähm, ne, hier ist einfach nur gemeint worden. Okay. Ah, hier ist gemeint worden. Okay, okay. Dann werde ich mich hier unten nicht ausloggen am besten, weil hier könnten ja Monster spawnen, theoretisch. Dann, äh, loggen wir uns oben am Spawn aus und dann verabschiede ich mich jetzt schon mal von euch und hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch mal eine Bewertung da und einen Kommentar und ich würde mich freuen, wenn ihr auch mal bei den anderen aus Stadt Schwarz oder auch aus Stadt Weiß oder auch aus Stadt Rot, Blau, Grün, Gelb, Orange, Lila, Blassblau reinschauen würdet. Ich bin jetzt gerade echt drüber gekommen, schon wieder über die 15 Minuten. Bis dahin, ciao. Hey, liebe Freunde, willkommen auf der Endcard. Normalerweise wird jetzt hier die Musik lauter und ich rede gar nichts mehr. Also wenn ihr oben links klickt, kommt ihr zum letzten Part. Wenn ihr unten links klickt, kommt ihr zur Playlist. Ich möchte hier einfach nochmal kurz loswerden. Die Soundqualität ist momentan ein bisschen crappy. Das wird im nächsten Part auch noch so sein, genauso wie die Cam-Qualität. Das tut mir auch leid. Es lässt sich jetzt leider nicht mehr ändern. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, nö, die Parts nehme ich nicht, weil ich ja alles zeigen muss. Ab Part 11 wird dann alles wieder besser. Ich versuche, die optimalen Einstellungen zu finden. Das liegt jetzt halt alles daran, dass mein Mikrofon hat sich runtergepegelt und ich weiß auch nicht, die Cam ist nicht mehr die beste und ich möchte mir auf jeden Fall jetzt erstmal ein bisschen Licht kaufen, damit wir eine bessere Beleuchtung haben und vor allem wird die Cam-Qualität auch wieder hoch skaliert. Ich habe gedacht, komm, skalier sie runter. Das Bild ist sowieso klein, aber auch kleine Bilder können verpixelt sein. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß mit den weiteren Videos. Wie gesagt, klickt hier links oben für deinen letzten Part und links unten für die Playlist, falls ihr nochmal irgendein bestimmtes Video nachgucken wollt und ganz unten links, falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr mich abonnieren. Ich würde mich sehr freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst dem Ganzen noch einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns dann morgen beim nächsten Part von EinFaction. Bis dann und ciao. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.